Das Reifenfahrbahngeräusch ist eine der Hauptkomponenten des Außengeräusches von Kraftfahrzeugen. Es ist wesentlich an der Entstehung des Straßenverkehrslärms beteiligt. Bedeutung des Reifenfahrbahngeräusches Das Reifenfahrbahngeräusch hat seit den 1970er Jahren ständig an Bedeutung gewonnen, da die Antriebsgeräusche seit dieser Zeit deutlich reduziert werden konnten. Bei Pkw dominiert das Antriebsgeräusch bei Konstantfahrt meistens nur noch im ersten und teilweise im zweiten Gang. Auch beim Beschleunigen überwiegt das Antriebsgeräusch. In den meisten Fahrsituationen innerorts und nahezu allen Fahrsituationen außerorts dominiert das Reifenfahrbahngeräusch. Erst bei hohen Autobahngeschwindigkeiten wird das aerodynamische Geräusch zur lautesten Komponente. Mechanismen zur Entstehung des Reifenfahrbahngeräusches Zur Geräuschentstehung beim Abrollen des Reifens auf der Straßenoberfläche tragen unterschiedliche Mechanismen bei. Sowohl Körperschall als auch Luftschallquellen sind an der Entstehung des Reifenfahrbahngeräusches beteiligt. Die Ursachen und die Abstrahlbedingungen sind sehr komplex und von der Kombination Reifenfahrbahn abhängig. Die wichtigsten Mechanismen, die zur Schallabstrahlung frei rollender Reifen führen, sind Airpumping und Reifenschwingungen Als Airpumping wird eine Komponente des Reifenfahrbahngeräusches bezeichnet, die durch Luftverdrängungs- und Ansaugeffekte im Bereich des Reifenlatsches erzeugt wird. Das Zusammendrücken des Reifenprofils im Reifeneinlauf und das Abdecken der Fahrbahnstruktur durch die Profilklötze des Reifens führt dort zum Herauspressen der Luft. Dagegen strömt die Luft in die Kontaktzone im Reifenauslauf zurück, wenn die Profilbereiche wieder von der Fahrbahn abzuheben beginnen. Das Airpumping ist für den euroakustischen Anteil des Reifenfahrbahngeräusches verantwortlich und stellt abhängig von der Reifenfahrbahnkombination neben Karkassen und Profilschwingungen eine seiner Hauptursachen. Airpumping-Geräusche treten umso stärker auf, je weniger rau und je weniger porös eine Straßenoberfläche ist. Die Geschwindigkeit und die Menge der strömenden Luft bestimmen dabei die Lautstärke, die Form der Kanäle sorgt für das Klangbild und die Tonhöhe. Reifenschwingungen beim Abholen des Reifens auf der Fahrbahn wird der Reifen durch die Rauigkeit des Laufflächenprofils und der Fahrbahnhoberfläche zu radialen und tangentialen Schwingungen angeregt. Durch diese Reifenschwingungen wird Luftschall erzeugt. Die Schallabstrahlung erfolgt dabei vorwiegend in unmittelbarer Nähe des Latschbereiches. Von besonderer Bedeutung ist die Abstrahlcharakteristik des Reifens. Die von der Straßen- und Reifenoberfläche gebildeten keilförmigen Trichter im Ein- und Auslaufbereich führen zu deutlicher Verstärkung der Schallabstrahlung in Richtung der sich öffnenden Trichter. Die Schwingungsanregungen des Reifens, die man durch Beschleunigungsmessung an Profilblöcken bestimmen kann, werden primär durch impulshafte Vorgänge verursacht. Aufschlageffekt Von zentraler Bedeutung für das Aufschlagen der Profilelemente ist die Abplattung des Reifens im Kontaktbereich mit der Fahrbahn. Dies hat zur Folge, dass beim abholenden Reifen Profilelemente im Einlauf auf die Fahrbahn aufschlagen und kurzzeitig mit über 1000 m pro Sekunde Quadratradial beschleunigt werden. Die Höhe der Beschleunigung steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit schon bei 100 km pro Stunde können 5000 m pro Sekunde Quadrat erreicht werden. Gleitvorgänge im Latsch Beim Abholen eines Reifens treten im Latsch Gleitbewegungen auf, wenn der eigentlich zweidimensional gekrümmte Laufstreifen in die Kontaktebene gedrückt wird. Die Folge sind kleine Rutschbewegungen von Profilelementen auf der Straßenoberfläche. Auch diese Stickslip-Effekte führen zu Körperschallanregungen in der Reifenstruktur. Stollenschwingungen In der Kontaktzone werden die Profilelemente verspannt, wenn der zweidimensional gekrümmte Laufstreifen in die Kontaktebene gedrückt wird. Die verbleibenden Schubspannungen entladen sich im Auslaufbereich des Reifens durch impulsförmiges Ausschnappen der von der Fahrbahn abhebenden Profilelemente. Dies führt zu Stollenschwingungen, die wiederum auf die Karkas übertragen werden. Besonders ausgeprägt ist diese Erscheinung auf glatten Fahrbahnen, wo ein guter Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn zu hohen tangentialen Reibkräften in der Aufstandsfläche führt. Einflussgrößen auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch Die durch die unterschiedlichen Entstehungsmechanismen erzeugten Geräuschanteile sind von zahlreichen Einflussgrößen abhängig. Fahrzeuggeschwindigkeit Profilaufbau und Straßenbeschaffenheit haben dabei den größten Einfluss auf den Gesamtpegel und die spektrale Zusammensetzung des von der Reifen-Fahrbahn-Kombination erzeugten Geräusches. Die durch den Reifen-Fahrbahn-Kontakt erzeugten Summenpegel der Schallintensität steigen allgemein mit der dritten bis vierten Potenz der Geschwindigkeit an. Die Art der Straßenoberfläche übt den größten Einfluss auf die Reifen-Fahrbahngeräusche aus. Es ist aus Untersuchungen bekannt, dass verschiedene Fahrbahn-Belege bei Messungen unter sonst konstanten Bedingungen zu unterschieden im Reifen-Fahrbahngeräusch von bis zu 10 Dezibel führen können. Sowohl bei Asphalt- als auch bei Betondecken erweisen sich größt Korngrößen von 5 bis 8 mm als akustisch günstig. Besonders Geräusch haben sind offenporige Asphalt-Belege. Bei allen Bemühungen um Maßnahmen, die die Reduzierung des Reifen-Geräusches zum Ziel haben, darf man nicht vergessen, dass der Reifen in erster Linie fahrsicherheitstechnischen Anforderungen wie Fahrstabilität, Kurvenverhalten, Verhalten bezüglich Aquaplaning, Haltbarkeit, Verschleißfestigkeit etc. gerecht werden muss. Bei einer Anzahl von Parametern führt eine Reduzierung des Reifen-Fahrbahngeräusches zu Einbußen bei der Fahrsicherheit, wie Geräuschmessungen einerseits und Gleit bei Wertmessung andererseits für verschiedenen Reifen-Fahrbahn-Kombinationen gezeigt haben. Können jedoch auch leise Reifen-Fahrbahn-Kombinationen gute fahrdynamische Eigenschaften aufweisen, auch bei nasser Fahrbahn. Weiterhin gibt er es seit Oktober 1999 einen ersten Reifenhersteller, der eines seiner Produkte mit dem blauen Engel für Lärmarme und kraftstoffsparende Reifen auszeichnet. Das von einem Reifen ausgehende Geräusch wird stark von dessen mechanischen und konstruktiven Eigenschaften bestimmt. Es steigt z.b. mit der Reifenhärte deutlich an. Auch eine größere Reifenbreite führt tendenziell zu einer Erhöhung der Reifen-Fahrbahngeräusche, die vorherrschende Tendenz zur Verwendung breiter. Reifen führt deshalb zu einer deutlichen Erhöhung der Reifengeräusche. Weiterhin ist eine günstige Profilgestaltung von großer Bedeutung. In der Mitte des Reifens, wo kein Drainagevermögen nötig ist, sind Längsprofilierungen günstig. Um tonale Anteile im Geräusch zu vermeiden, werden allgemein unregelmäßige Profilteilungen verwendet. Beim Befahren nasser Straßen ist das Reifen-Fahrbahngeräusch gegenüber trockener Fahrbahn beträchtlich höher. Das Geräusch entsteht dabei primär im Einlauf der Reifenaufstandsfläche und hängt in erster Linie mit der Wasserverdrängung zusammen. Wobei die zu verdrängende Wassermenge bzw. die Geschwindigkeit, mit der das Wasser aus dem Bereich der Reifenaufstandfläche verdrängt wird, die Geräuschemission beeinflussen. Wasserteilchen erfahren hier kurzfristig eine hohe Beschleunigung, wodurch das charakteristische Zisch- und Spritzgeräusch im hohen Frequenzbereich verursacht wird. Eine weitere Einflussgröße auf das Reifen-Fahrbahngeräusch ist die Fahrgeschwindigkeit. Die Schallintensität steigt mit der dritten bis vierten Potenz der Fahrgeschwindigkeit bzw. um 9 bis 12 Dezibel pro Geschwindigkeitsverdopplung. Dies bedeutet auch, dass vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten der Einfluss einer absoluten Geschwindigkeitsänderung groß ist. Eine Verringerung der Geschwindigkeit ist daher die wirksamste Methode zur Minderung des Verkehrslärms. Besonders bei leistungsstarken Nutzfahrzeugen hat sich das auf die Antriebsräder einwirkende Drehmoment als eine ebenfalls bedeutsame Einflussgröße auf das Reifen-Fahrbahngeräusch erwiesen. Ursache für den zunehmenden Einfluss der Antriebskraft ist die in den letzten Jahren immer größer werdende Motorleistung der Lastkraftwagen. Auch beim PKW sind die antriebsbedingten Reifen-Fahrbahngeräusche nicht zu unterschätzen. Die resultierenden hohen Zugkräfte bewirken zwangsläufig einen größeren Schlupf zwischen Reifen und Fahrbahn und eine größere Verspannung der Profilblöcke. Dies führt auch zu höheren Pegeln beim Reifen-Fahrbahngeräusch. Bei LKW mit Traktionsreifen kann diese Pegelerhöhung unter Zugkraftwirkung im Vergleich zu frei rollenden Rädern bis zu 20 Dezibel betragen. Es ist keineswegs so, dass immer der gleiche Reifen auf allen Fahrbahnen der leiseste ist. Tatsächlich wechselt die Rangfolge je nach Fahrbahnbeschaffenheit. Entscheidend ist letztlich nicht der Reifen oder die Fahrbahn, sondern die jeweilige Kombination von beiden. Den größten Einfluss auf das Reifen-Fahrbahngeräusch hat die Fahrbahn. Auch ohne Berücksichtigung spezieller Drinbelege liegt die Bandbreite noch bei 6 Dezibel. Dagegen sind die Möglichkeiten, die der Reifen aufgrund seiner Konstruktion und seiner Profilgestaltung bietet, eher gering. Die Bandbreite bei fester Reifengröße liegt bei etwa 3 Dezibel. Auch wenn zusätzlich zur Konstruktion auch die Reifenbreite mit variiert wird, kommt der reifenseitige Einfluss noch nicht in die Größenordnung des möglichen Fahrbahneinflusses. Das Fahrzeugmodell selbst hat bei antriebslosem Rollen nur geringen Einfluss durch unterschiedliche Gestaltung von Rathäusern und Unterboden. Geschwindigkeit ab der das Reifen-Fahrbahngeräusch überwiegt Pkw aus den Jahren 1985 zu 1995 30 zu 35 km pro Stunde bei Beschleunigung 45 zu 50 km pro Stunde. Pkw ab 1996 15 zu 25 km pro Stunde bei Beschleunigung 30 zu 45 km pro Stunde. Lkw aus den Jahren 1985 zu 1995 40 zu 50 km pro Stunde bei Beschleunigung 50 zu 55 km pro Stunde. Lkw ab 1996 30 zu 35 km pro Stunde beschleunigt 45 zu 50 km pro Stunde. Messung von Reifenfahrbahngeräuschen Zur Messung des Reifenfahrbahngeräusches kommen zwei unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Die Fernfeldmethode und die Nahfeldmethode Die Nahfeldmessmethode wird entweder im Zusammenhang mit speziellen Geräuschmessanhängern oder Trommelprüfständen eingesetzt. Die Anhängermessmethode kann sowohl auf unter Verkehr liegenden öffentlichen Straßen als auch auf Teststrecken eingesetzt werden. Hier werden in einem Anhänger die Abheulgeräusche von einem oder zwei freirolenden Reifen in unmittelbarer Nähe des Reifens erfasst. Ebenso kann die Nahfeldmessmethode am Trommelprüfstand im Labor eingesetzt werden. Fernfeldmethode Bei der Fernfeldmethode wird in 7,5 Meter Entfernung von der Mitte der Fahrspur und 1,2 Meter Höhe über der Fahrbahn der Schalldruckpegel, beim Vorbeiräuen von Versuchsfahrzeugen auf der zu untersuchenden Fahrbahn gemessen, wobei die Fahrzeuge von Mitgliedern des Messteams mit definierten, konstanten Geschwindigkeiten und bestimmten Reifentypen gefahren werden. Mit diesen Methoden kann bei Einsatz eines Reifenkollektivs der Einfluss verschiedener Straßenoberflächen auf das Reifenfahrbahngeräusch ermittelt werden. Desgleichen ist eine Differenzierung zwischen vorhandenen Reifenkollektiven auf einer gegebenen Straßenoberfläche möglich. Siehe auch Lärm Lärmschutz